Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. In Deutschland gibt es eine lebhafte Diskussion über die Sterbehilfe, aber viel seltener wird über die Palliativmedizin gesprochen. Sie hilft beim Leben mit einer unheilbaren Krankheit. Bei mir im Studio ist Dr. Markus Faust. Er ist Oberarzt und Palliativmediziner in der Geriatrie an der Asklepios Klinik Wandsbeck. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Faust. Vielen Dank. Sagen Sie uns doch, was versteht man unter Palliativmedizin? Der Begriff Palliativ leitet sich aus dem Lateinischen ab. Pallium, der Mantel, Palliare, ummanteln. Und das ist ein Kernpunkt der Palliativmedizin, dass wir den Patienten mit seiner unheilbaren Erkrankung in seinem Ganzen sehen, dass wir ihn ummantelnd behandeln. Und diesen zentralen Punkt eben in unser Handeln stellen. Das heißt also, das Ziel ist dann ja nicht mehr zu heilen. Richtig. Der palliative Behandlungsansatz verfolgt keinen heilenden Kurativen, sondern wir haben eine Situation, in der eine Heilung von der Erkrankung nicht mehr möglich ist. Das geht meistens oder in der Regel mit einer verkürzten Lebenszeit auch einher. Die Palliativmedizin hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität des Patienten zu verbessern. Nicht nur des Patienten, auch dahin gehen, dass die Lebensqualität der Angehörigen und der Familie mit verbessert wird in dieser begleitenden Phase. Um jetzt die Lebensqualität der Patienten zu verbessern, fokussieren wir uns nicht auf nur lediglich einen Aspekt, wie zum Beispiel körperliche Beschwerden, sondern beziehen auch andere Symptome mit ein. Psychische Symptome wie Angst, Unruhe, auch soziale Probleme werden eben berücksichtigt, Konfliktsituationen im häuslichen Bereich, in der Familie und spirituelle Gedanken fließen ebenfalls mit ein, sodass wir wieder diesen umfassenden Charakter der Palliativmedizin in diesen vier Säulen oder in diesen vier Aspekten haben. Ja, damit wir uns das besser vorstellen können, mit welchen Krankheiten kommen denn die Patienten eigentlich zu Ihnen? Es sind nicht, wie man es langläufig erkennt, nur die Tumorerkrankungen. Das ist lange Zeit so gewesen. Da rührte auch ursprünglich eigentlich die Palliativmedizin her, wenn wir auf die Anfänge zurückblicken. Aber wir haben uns sehr weit geöffnet und behandeln genauso Patienten mit zum Beispiel Herzerkrankungen, mit schweren Lungenerkrankungen, Nierenerkrankungen, neurologische Erkrankungen. Im Prinzip ist überhaupt kein Patient ausgeschlossen. Und wichtig ist eben, dass wir uns nicht nur auf onkologische, also nicht nur auf Tumorpatienten oder Erkrankungen beschränken. Und sind Sie denn dann, oder wann werden Sie einbezogen? So frage ich jetzt mal. Ist das jetzt dann im letzten Schritt oder im letzten Abschnitt oder geht das schon viel eher los? Ja, wir werden leider häufig zu spät mit einbezogen erst. Denn wir sehen uns als begleitende und auch unterstützende Disziplin, die eng mit den anderen Fachabteilungen zusammenarbeitet. Das heißt, dass da in diesen Situationen, wo die Indikation besteht, wir eben schon sehr, sehr früh und unter Umständen tatsächlich mit Diagnosestellung schon in die Behandlung mit einschreiten können und unterstützen und begleiten. Das können zum Beispiel Themen sein wie Schmerztherapie. Das können häufig schwer behandelbare Symptome wie Übelkeit oder Erbrechen sein, eine zunehmende Schwäche. Und es ist nicht nur die Behandlung der Symptome, sondern ganz häufig eben auch geht es um die Aufklärung, um die Informationsweitergabe an die Angehörigen, um die Aufklärung des Patienten über diese Symptome, wo die herrühren und wie die behandelt werden können. Das heißt, dass wir da also auf jeden Fall uns wesentlich früher als in den letzten Stunden, Tagen oder vielleicht wenigen Wochen in der Behandlung sehen, sondern durchaus Monate oder Jahre schon in die Behandlung des Patienten mit einbinden. Ja, wenn wir jetzt uns ein Beispiel herausgreifen würden, eine unheilbare Tumorerkrankung und der käme zu Ihnen, was würde denn dann passieren? Wenn wir Patienten bei uns jetzt in der Palliativ-Einheit in der Klinik aufnehmen, findet zunächst mal ein Aufnahmegespräch statt. Das ist in wesentlichen Zügen nicht anders als in anderen Abteilungen auch, aber dort kommt eben doch nochmal ein entscheidender Aspekt mit zu. Das heißt, wir binden die Biografie des Patienten mit ein. Wir möchten, sofern er aus seinem privaten Bereich etwas erzählen möchte, über die familiäre Situation etwas wissen, über das häusliche Umfeld etwas wissen und legen wesentlich mehr den Schwerpunkt eben auf die Beschwerden, die den Patienten belasten, stets unter dem Aspekt, die Lebensqualität zu verbessern. Das ist unser Hauptaugenmerk. Darum geht es uns vor allen Dingen auch in der Palliativmedizin. Nach diesem Aufnahmegespräch schließt sich häufig ein Gespräch mit verschiedenen Therapeuten an. Wir sind ein sehr großes Team, das auch in dem Bereich der Palliativstation tätig ist. Außer den Ärzten sind dort Pflegekräfte natürlich, die speziell geschult sind, die ebenfalls wie wir Mediziner im Bereich Palliativcare weitergebildet sind. Wir haben Physiotherapeuten, medizinische Bademeister, Ergotherapeuten, Logopäden, die sich bei Schluckstörungen zum Beispiel mit einbringen können. Ganz wichtig sind die Psychologen, sowohl Neuropsychologen als auch Psychoonkologen. Wir haben Mitarbeiter des Sozialdienstes und des Entlassmanagements, die sich um die weitere Versorgung dann kümmern. Seelsorgerinnen und auch ein wichtiger und wesentlicher Punkt sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die im weiteren Verlauf des Aufenthalts dann auch mit eingebunden werden. Und dieses ganze Team kümmert sich während des Aufenthalts um den Patienten. Als Mediziner sind wir sicherlich so ein bisschen der Koordinator, der da die Fäden in der Hand hält. Wir setzen uns einmal in der Woche zusammen, haben eine Teambesprechung. Jeder gibt seine Eindrücke mit und schildert seine Erfahrungen. Therapiefortschritte werden besprochen. Was das nächste Therapieziel ist in dem jeweiligen Bereich, wird besprochen. Und letzten Endes planen wir dann gemeinsam mit dem Patienten oder mit den Angehörigen die weitere Behandlung und die Entlassung. Ja, um nochmal bei der Behandlung zu bleiben, Schmerzmittel haben Sie schon angesprochen. Was könnten denn sonst noch Behandlungen sein? Also vielleicht durch den Physiotherapeuten, das kann ich mir auch noch vorstellen, aber wie weit geht denn da noch die medizinische Behandlung? Wir werden ja häufig damit konfrontiert, dass es heißt, die Palliativmedizin spritzt ein bisschen Schmerzmittel, ein bisschen Morphin zum Beispiel und setzt sich dann als Pflegekraft oder als Palliativmediziner ans Bett und hält die Hand. Das ist ein Teil und auch sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Teil, der sonst in der Medizin unter Umständen zu kurz kommt. Aber unsere Behandlung geht da eben weit drüber hinaus. Wir bieten das gesamte Spektrum der Schmerztherapie an. Die Symptomkontrolle, wie schon gesagt, Übelkeit, Erbrechen, Luftnot, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Darüber hinaus wenden wir aber auch die nicht medikamentösen Verfahren an. Das können Aromatherapien sein, zum Beispiel, die bei Übelkeit oder bei Unruhe helfen. Das sind physikalische Maßnahmen wie Einreibungen, Waschungen, Massagen, Ausstreichungen, sowohl zur Ödembehandlung oder aber auch zur Beruhigung, zur Entspannung. Das ist die unterstützende Pflege. Das ist die Mobilisation. Und letzten Endes natürlich dann sogar medizinische Maßnahmen, die man vielleicht gar nicht erwartet, wie Chemotherapien, Bestrahlungen, sogar Operationen sind in einer palliativen Behandlungssituation möglich. Das Entscheidende ist, wofür besteht eine Indikation? Das heißt, haben wir einen medizinischen Grund, eine gewisse Maßnahme wirklich durchzuführen? Und da setzen wir eben den Schwerpunkt wieder auf die Lebensqualität. Helfen wir mit dieser Maßnahme dem Patienten, seine Lebensqualität zu verbessern? Lindern wir seine Beschwerden dadurch? Also könnte so eine OP darin bestehen, dass man etwas, was auf einen Nerven drückt, beseitigt beispielsweise, damit es keine Schmerzen mehr verursacht? Zum Beispiel, genau. Wenn das jetzt ein Eingriff ist, wo man sagt, das ist für den Patienten zuträglich, das Operationsrisiko ist vertretbar oder gering, die Belastung ist ebenfalls vertretbar, dann kann man sich so etwas vorstellen. Und ganz entscheidend ist natürlich auch, der Patient möchte es, er ist damit einverstanden. Das ist ein Grundsatz, an den wir uns generell halten. Aber der in der Palliativmedizin doch noch mal ein anderes Gewicht bekommt. Das heißt, wir machen nichts routinemäßig. Zum Beispiel die Blutabnahme jeden Montagmorgen wird bei uns nicht routinemäßig durchgeführt, sondern eine Blutabnahme findet dann statt, wenn wir tatsächlich ganz gezielt einen Ansatz haben, einen Hinweis haben, durch das Ergebnis dem Patienten in seiner Lebensqualität zu helfen und nicht um irgendeinen Laborparameter nur zu verbessern. Wie viel Einfluss hat denn der Patient auf sein persönliches Geschick? Also wie weit kann er denn selbst bestimmen, welche Behandlung er möchte und welche nicht? Er kann das zu 100 Prozent bestimmen, sage ich mal. Das ist sicherlich etwas übertrieben, dass es vielleicht durch äußere Einschränkungen da schon Limitierungen gibt. Aber was medizinisch machbar ist, was medizinisch vertretbar ist, das ist auch vom Patienten her natürlich dann zu äußern, zu wünschen. Häufiger ist es jedoch so, dass der Patient Dinge eher ablehnt oder nicht mehr möchte. Und die Medizin da in den letzten Jahrzehnten sicherlich zu weit gegangen ist und dem Patienten Dinge angeboten hat oder auch durchgeführt hat, Maßnahmen, die nicht unbedingt immer zur Verbesserung der Lebensqualität oder zum Wohl des Patienten, würde ich gar nicht mal sagen, zur Verbesserung der Lebensqualität waren. Ja, aber es könnte ja auch sein, dass ich als Patient etwas ablehne, was mein Leben verkürzt. Akzeptieren Sie das? Auf jeden Fall, genau. Also der Wille des Patienten steht für uns ganz oben. Den haben wir zu respektieren, auch wenn damit eine Lebensverkürzung einhergeht. Sie sagten eben, dass es eine spezielle Ausbildung gäbe für alle Beteiligten, Palliativ Care. Worin besteht die genau? Palliativ Care ist dieser internationale Fachbegriff, den wir eigentlich zunehmend statt dem Palliativmedizinbegriff verwenden, weil er einfach umfassender ist. Es ist die Palliativversorgung. Das heißt, nicht die Medizin steht so im Mittelpunkt, sondern das gesamte Team, Pflege, Physiotherapeuten und so weiter, die ich früher nannte, die sind unter dem Begriff Palliativ Care besser aufgehoben. Und je nach Fachbereich gibt es dann dort eben die unterschiedlichen Weiterqualifikationen. Das ist bei den Ärzten sicherlich ein Schwerpunkt im medizinischen Bereich. Aber in dieser Zusatzqualifikation haben wir auch Fortbildungsthemen wie Sozialaspekte, natürlich die rechtlichen Situationen. Auch pflegerische Punkte werden bei uns in dieser Zusatzbezeichnung vermittelt. Und im pflegerischen Bereich sieht es ähnlich aus. Das ist einfach eine Weiterbildung dann, Lernen mit dieser speziellen Situation, in der sich die Patienten befinden, umzugehen. Und da ist der Tod und das Sterben natürlich schon sehr nah. Und bei den meisten präsent. Das muss man auch als Therapeut aushalten. Da muss man auch als Behandler natürlich mit umgehen. Und eben ja auch eventuell Angehörige auffangen, die ja auch in einer anderen Situation sind, als wenn es sich nur in Gänsefüßchen um eine Krankheit handelt, die wieder weggehen wird. Wie gehen Sie denn mit den Angehörigen um? Was können die denn bei Ihnen erwarten? Richtig. Die Angehörigen sind ja ganz gezielt bei einer palliativen Behandlungssituation mit einbezogen. Das heißt, für uns steht nicht nur der Patient als Zubehandelnder vor uns, sondern auch die Familie, die Angehörigen, wenn es denn gewünscht ist. Sowohl vom Patienten als auch natürlich von der Familie, von den Angehörigen. Und unser Angebot richtet sich, angefangen von ganz einfachen Dingen, dass wir uns mehr Zeit nehmen für Aufklärungsgespräche. Zusammen mit dem Patienten, aber auch unabhängig voneinander. Dass wir vermitteln, es gibt häufig Konflikte, die erst dann im Verlauf oder wenn man sich doch etwas näher mit dem Patienten beschäftigt, zutage kommen. Diese Konflikte rühren häufig von Angst, von Unsicherheit, von falsch verstandenen Schutzmaßnahmen dem anderen Partner gegenüber her. Und da ist es dann natürlich unsere Aufgabe schon auch zu vermitteln, wo es gewünscht ist. Und das ist hier ständig unter dem Motto natürlich, wir drängen uns nicht auf, aber wir bieten an. Und dieses Anbieten, unser Angebot, fängt von der Aufklärung, Informationsvermittlung an. Das Einbeziehen in die Pflege, auch wenn es zum Beispiel um eine häusliche Weiterversorgung geht, dass Angehörige angeleitet werden, dass wir Druck wegnehmen, dass wir Ängste abbauen. Wir bieten an, dass Angehörige über die ganz normalen Besuchszeiten hinaus bei uns auf der Palliativstation den Patienten begleiten, anwesend sind, je nach Situation auch übernachten können. Es können zum Beispiel Speisen von zu Hause mitgebracht werden und bei uns dann in einer speziellen Patientenangehörigenküche zubereitet werden. Das sind Angebote, die eben über die normale Krankenhausversorgung hinausgehen. Was unterscheidet Sie eigentlich von einem Hospiz? Denn das wird ja häufig in einem Atemzug genannt, Palliativmedizin und Hospiz. Eine Palliativstation befindet sich immer an einem Krankenhaus, während ein Hospiz von einem Krankenhaus losgelöst ist. Das kann zufällig auch mal vielleicht nebendran stehen, hat aber eine andere räumliche Struktur. Es ist eine kleine Einheit, acht bis zwölf Zimmer und Bewohner. Dort steht in einem Hospiz die Pflege noch mehr im Mittelpunkt, während sich der Mediziner etwas zurückgezogen hat. Auf der Palliativstation ist der Mediziner und die Pflege eher gleich repräsentiert. Wir haben in einem Hospiz tatsächlich die Situation, dass der Großteil der Patienten dort auch verstirbt und wirklich seine allerletzte Lebensphase verbringt. Auf der Palliativstation ist es so, dass wir den Großteil unserer Patienten, nachdem wir den Zustand verbessert haben, entlassen. Das kann nach Hause sein, unter Umständen dann auch mit entsprechenden Diensten, palliativen Pflegediensten, ambulanten Hospizdiensten. Das kann in der Kurzzeitpflege oder in einer anderen Pflegeeinrichtung sein oder eben auch in einem Hospiz. Vielen Dank für die interessanten Informationen, Herr Dr. Faust. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Machen Sie es gut. Wir sehen uns wieder auf YouTube. Wir sehen uns wieder auf YouTube. Ich sch shield's C кан structure archiv.